Was ist die Zahnklinik? So eine Zahnklinik habe ich noch nie gesehen. Ich war in einer Zahnklinik in Deutschland und das sind andere Dimensionen. Ich bin sehr freundlich hier, begrüßt worden, als ich das erste Mal kam. Ich hatte einige für mich auch sehr informative Gespräche, weil ich ja überhaupt gar nichts gewusst habe, inwieweit ich meine Zähne behandeln lassen kann, wie lange das dauert. Und sowas habe ich auch in Deutschland noch nie erlebt. Und ich habe auch die Zeit gehabt, weil bei den ersten Gesprächen sind Fragen gewesen, da habe ich noch gar nicht gewusst, ob ich sie fragen könnte, weil es war ja die Entwicklung. Aber zu jedem Zeitpunkt ist immer jemand hier gewesen, wo ich nachfragen konnte. Und wenn der mir nicht weiterhelfen konnte, hat der mich zu jemandem anders hier geleitet. Und der hat mir die nötigen Informationen gegeben. Die Menschlichkeit der Menschen, die hier arbeiten. Die Freundlichkeit, die ich als sehr echt empfinde. Nein, aber nicht mehr Sachen. Alles gut, dass die Grünen und die Menschen hier geschahen. Aber nicht mehr. Ich höre, was ich am, wie alle Menschen, dass ich das Lachen mache. Alles gut. Ich weiß echt nicht mehr.